Wir wollen spielen, spielen, spielen und damit sind wir auf Sendung in 5, 4, 3, 2, 1. Ich bin es wieder, euer Daniel Michael. Herzlich willkommen zu einem Arnsberg Fernsehen Spezial. Nicht aus von mir aus, sondern aus dem Hause. Ihr seht schon im Hintergrund von MC Rossi und den begrüße ich jetzt dir ganz herzlich im Stream. Ein Applaus. Hallo zusammen. Hallo, so halt, Moment, da fehlt noch jemand. Das ist der Mattes. Der Mattes. So, ich nehme den, ich halte den mal hier so ein bisschen. Ja, so geht es. Unser Maskottchen. Ja, du warst auf der Gamescom. Wir waren nicht live direkt dabei, aber wir haben deine Beiträge geteilt, gepostet, wie man das heutzutage auf Instagram nennt oder den anderen Social Medias. Aber ganz kurz, woher kennt man dich? Ja, man kennt mich auch unter anderem aus meiner Musik. Ich war zum Beispiel in Arnsberg bei den Open Stages gewesen. Ich war, hatte in der Schützenall im Mischel schon mal einen Auftritt gehabt. Und ja, daher bin ich vielen Leuten halt bekannt. Und seit kurzem, seit März diesen Jahres, bin ich auch auf Twitch und YouTube unterwegs und bin Content Creator und Streamer. Okay, ja, zu den Open Stages, da kennen wir uns beiden her, da haben wir uns damals kennengelernt. Das ist auch schon circa zehn Jahre her. Ja, knapp, könnte hinkommen, ja. Ja, aber wir sprechen nicht heute über deine Musik, sondern heute über die Gamescom, also ein Spezial. Du warst dort gewesen. Warst du das erste Mal da jetzt? Ich war das sowohl das erste Mal auf der Gamescom als auch auf dem Messegelände das erste Mal gewesen. Und wie war es für dich? Das war sehr interessant. Also als Streamer ist das sowieso mehr oder weniger, kann man sagen, Pflichttermin. Weil man kann da Spiele anzocken, die noch nicht auf dem Markt sind, die entweder kurz vor der Fertigstellung sind oder noch komplett am Anfang oder relativ am Anfang der Fertigstellung sind. Und deswegen ist das Ganze natürlich immer sehr interessant. Ja, da lernt man auch viele neue Leute kennen und viele Eindrücke. Das ist absolut der Hammer gewesen. Welche Art von Spiele-Genre spielst du? Ganz verschieden. Also ich spiele zum Beispiel Shooter, ich spiele Adventure-Spiele, ich spiele auch Strategie-Spiele. Also da bin ich komplett uneingeschränkt. Was jetzt, es gibt halt innerhalb der Genre, es gibt es halt Spiele, die ich mag oder nicht mag. Von daher, da bin ich ziemlich flexibel, was das angeht. Ein Spiel, das kennst du ja auch, ich habe mich heute dementsprechend angepasst mit dem Space Invaders. Genau, das gute alte Space Invaders, da kann ich auch eine Geschichte zu erzählen. Okay. Und zwar bin ich irgendwann mal relativ zum Schluss, leider muss ich sagen, in so eine Halle gekommen, wo ganz alte Ataris ausgestellt wurden. Oh ja, das war noch Zeiten. Und sogar noch ganz alte, originale Schaltplatinen ausgestellt wurden. Und man konnte sogar mit den Ataris sogar auch spielen. Mhm. Man hatte mittlerweile sogar so Adapter, wo man die dann per HDMI dann auch an den Fernseher anschließen konnte. Das war sogar mittlerweile möglich gewesen. Und ich habe mich auch ganz lange an den Stand aufgehalten, habe da jemanden gefunden, dem diese Ataris auch gehörten, die er da zur Verfügung gestellt hatte. Mhm. Und der hat mir auch die ganze Geschichte von der Atari erklärt und so und, ah, sehr, sehr interessant. Ähm, was gab es dieses Jahr auf der Gamescom zu sehen? Jede Menge neue Spiele und es gibt auch einige Highlights, die ich da angespielt habe. Mein persönliches Highlight natürlich als großer All-Elite-Wrestling-Fan, das erste Spiel dieser Promotion. Und nicht nur das Spiel war dort gewesen, sondern sie haben auch ein paar Wrestler dort gehabt, die dann auch dort gekämpft haben. Also es gab da zwei Matches jeweils, wo dann die Leute dann auch gekämpft haben. Und es war wirklich sehr interessant. Das Spiel fühlt sich schon sehr fertig an, das kommt auch wahrscheinlich bald raus. Und ich habe da mal ein Match gemacht und es ist einfach super. Es ist super. Okay, für die Leute, die das jetzt nicht kennen, genau was ist die Gamescom und seit wann gibt es die? Die Gamescom gibt es in dieser Form seit 2009 auf dem Messegelände in Köln und es ist eine, ja, wie man es von Lampenausstellung oder sonst irgendwelchen Ausstellungen kennt, dort werden Videospiele ausgestellt. Also Spiele, die entweder kurz vorm Ende der Entwicklung sind und bald rauskommen, beziehungsweise noch in der frühen Entwicklungsphase befinden und da holen sich die Leute dann Feedbacks ein oder solche anderen Geschichten, sprechen da mit den Leuten. Und die ganzen Studios, die die Spiele entwickeln, die präsentieren sich dann dort und zeigen, was dann halt so bei denen in nächster Zeit kommt oder was dann halt gerade vielleicht auch für Updates gibt bei Spielen, worauf man sich da einstellen kann. Zum Beispiel ein kleines, lustiges Highlight, es gibt so ein Spiel, das nennt sich Age of Empires, das ist so ein mittelalterliches Strategiespiel, wo es dann darum geht, eine Basis zu errichten und die anderen Basen zu zerstören. Und da hatten sie so einen lustigen Greenscreen gehabt mit so einer Kanone und man konnte sich entweder vor der Kanone stellen oder hinter der Kanone stellen und dann wurde dann halt so ein Videoclip mitgemacht, wo es dann so aussieht, als wenn man entweder von der Kanone getroffen wird oder die Kanone abgefeuert hat. Das war sehr lustig bei Microsoft. Okay, du hast ja auch auf deinen Beitrag hast du ja auch Bilder gepostet. Wir haben auch gesehen, die alte Technik aus Atari unter anderem, das was du schon angesprochen hattest. Wir haben aktuelle Spiele wie Age of Empires gesehen. Age of Empires, das kennen wir ja schon ein bisschen länger, damit bin ich ja auch noch groß geworden. Als es noch für den Computer gab, wo man noch vor richtigen alten Bildschirmen saß. Wo man eine richtige, wo man Mutter anrufen musste, kannst du mich mal in kurzem Kollegen fahren, wir wollen eine Ladenparty machen. Oh ja, die Zeit, ich weiß nicht, ihr könnt ja mal drunter kommentieren, wer von euch noch Ladenpartys macht. Dazu des Weiteren noch, ich habe gesehen, du hast Sonic getroffen. Sonic war dort gewesen, ja. Bowser hast du auch gesehen, dann hast du vom Weiden fotografiert. Ja, ich habe vom Weiden fotografiert, der war komplett aus Lego gewesen, was natürlich sehr interessant ist. Konnte er auch Feuer speilen? Das konnte er nicht, aber es war vielleicht auch gar nicht so schlecht gewesen. Okay, ich habe gesehen, es gab noch einen Stand. Waren das alte Spiele aus den Spielen, die man, also wie Pokémon Kartenspiel oder Yu-Gi-Oh! Ich hatte so einen, das war so ein Verkaufsstand, den wir dir auf dem Foto gesehen hatten. Ja, richtig, da gab es eine Halle, das war alles mit Merchandise und dies und das. Merchandise, ich kann nicht auf das Wort. Also da gab es alles Mögliche zu kaufen und man konnte dann, hat da so ein kleines Areal gehabt, da konnte man gegen jemanden mit Papierkarten noch Yu-Gi-Oh! spielen. Papierkarten? Mhm. Ob das die Kids von heute noch kennt? Also wenn man Yu-Gi-Oh! kennt, kennt man auch Papierkarten, weil, klar, gibt es die Spiele auch digital, habe ich letztens auch zum Beispiel schon mal gestreamt, gegen unseren guten alten Kollegen Gordon. Grüße gehen raus an dich. Genau. Und, ähm, ja, also von daher, das war ein Riesenareal, da gab es Sachen, die habe ich noch nie gesehen. Jo, nächstes Jahr sind wir auch dabei und dann passen wir uns dementsprechend an. Gab es denn noch ein weiteres oder gab es ein Merchandise, selbst von der Gamescom? Das gab es natürlich auch und da habe ich dir natürlich auch etwas mitgebracht. Oh. Eine exklusive Gamescom-Ente. Juhu, wir freuen uns. Die, ähm, warte mal, können wir die, ja, Hashtag Gamescom, da findet man auch nochmal den Post. Danke auch nochmal für das Bild von dir, das du uns geschickt hast, wir hatten ja, Moment, warte mal, wie geht das so? So, im, im Rande war die Ente, Moment, müssen wir erstmal auf fokussieren. Ja, wir sind hier spiegelverkehrt, wie man das merkt. Genau, das ist extra für meine Streams, weil mein Mikrofon ist nämlich genau auf der anderen Seite, wo es eigentlich sein sollte. Da hilft man sich mit ein paar technischen Tricks, um das alles so aussehen zu lassen, wie es aussehen soll. Okay, so, ich halte die Enten jetzt mal. Oder wolltest du die ein bisschen noch so lange halten? Kann ich machen. Okay. Ja, kannst, kannst ja so auf die Schulter rumtun. Oder? Ja, ist kein, ist, ist kein Papagei, wie ein Pirat. Ja, 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 ja. Das ist auch so eine Sache, die ich bei meinen Streams mache. Da kann man sogenannte Kanalpunkte verdienen. Wenn man zum Beispiel den Kanal länger schaut, dann kriegt man Punkte gut geschrieben und dann muss ich für diese Punkte irgendwas machen. Zum Beispiel gibt es dann was, trinkt ihr etwas, dann muss ich mir einen Schluck trinken. Aber es gibt auch zum Beispiel, rede wie ein Comiccharakter. Stimmt's doch, Fred, oder? Wilma! Wilma! Okay, Grüße an alle Freunde von Fred Feuerstein. Genau. Besonders die Hanna-Barbera-Filme. Die Hanna-Barbera-Filme, wo so viele... Das war noch Zeichentrick. Oh, da gibt es nur so viele Charaktere aus unserer Kindheit herkamen. Es ist ja nicht nur die Familie Feuerstein. Scooby-Doo kommt daher her. Oder zum Beispiel Jogi Bär kommt auch aus Hanna-Barbera. Oder die Jetsons. Die Jetsons. Und wir wissen ja auch, weil es ja eine Zukunftsserie ist, dass ja jetzt erst vor einiger Zeit der Vater geboren wurde. Ja, der George Jackson. Genau, der ist ja 2022 geboren. Ja. Das ist Wahnsinn, dass man das schon damals so voraussehen konnte. Ja, nur halt sieht unsere Welt leider nicht so toll aus wie da. Ja gut, aber... Fliegende Autos haben wir bis heute nicht. Aber wir haben wenigstens Telefon mit Video. Ja, das kriegen wir mittlerweile hin. Selbst in Deutschland. Genau. Apropos zum Papagei-theoretisch-Pirat. Warum können die Roboter keine Piraten-Filme sehen? Das weiß ich nicht. Na, die können doch kein... Arrrr. Nein, die können alles gar eigentlich nicht. Hashtag Spongebot. Ach so, Hashtag Spongebot. Ja, die Serie habe ich leider nie so richtig verfolgt. Okay. Aber wer die Folge kennt, der kennt den Witz. Ja, das war halt eben, wo sie dachten, dass Mr. Curbs ein Roboter wäre. Ah, okay. Und deshalb halt eben, warum können die Roboter keine Piraten-Filme sehen? Mal, ihr könnt doch kein Arrrr. Ja, Spaß beiseite. Wieder zurück zur Gamescom. Hast du das eigentlich mitbekommen mit Monte? Der muss einen ziemlichen Hype da generiert haben. Der muss aber gefeiert worden sein wie ein Rockstar. Und so ein Security-Personal für eine Person, das habe ich auch noch nicht gesehen. Ich weiß es nicht, aber der muss an einem anderen Tag da gewesen sein als ich, weil ich habe da von null mitbekommen. Okay. Ja, und dann war er noch an dem gleichen Tag, weil ein Kollege war, nämlich auch auf dem Heimweg. Und der wohnte auch in dieser Gegend. Dann hat er den überholt. Und dann hat er gesagt, hör mal, das Auto, das geht aber gar nicht. Ja, weil mein Kollege sagte, ich wurde von Monte überholt, weil ich das nämlich in der Story gesehen hatte. Ah, okay. Ja, das war auch so ein lustiger Witz noch. Naja, aber gab es denn auch so Prominenz wie unter anderem er, der so viel Security dort hatte an dem Tag, wo du da warst? Ja, die Wrestler zum Beispiel, die ich gesehen habe, das sind schon recht bekannte Leute gewesen. Die verdienen Amerika einen Haufen Geld und die haben auch sehr gutes Standing, auch dort in Amerika. Sind halt so, wie hier Fußballer oder so, die hier in Deutschland sind, ist das halt Wrestling, Football, Baseball, Basketball halt in Amerika. Konntest du denn auch mit denen ein Foto machen? Hätte ich machen können, nur das Panel von THQ war ein bisschen gegen mich gewesen. Die Videoleinwand, da stand drauf, dass es um 17 Uhr die Matches gibt, aber es stand halt nicht drauf, dass man von 13 bis 15 Uhr mit den Fotos machen konnte. Beziehungsweise es hat dann nicht in der Zeit umgeswitcht zu dieser Extra-Ankündigung, wo ich dann drauf geguckt habe. Oh nein, oh nein, aber vielleicht nächstes Jahr. Genau, aber ich habe mit vielen Wrestlern mittlerweile Fotos und Autogramme, von daher. Kannst du ein paar uns nennen? Zum Beispiel mit den Nasty Boys und Tatanka habe ich schon mal zu Abend gegessen und habe da natürlich Autogramme, Fotos etc. Dann kennt man wahrscheinlich noch von den Road Warriors, beziehungsweise Legion of Doom Animal, mittlerweile leider verstorben auch. Mit dem habe ich Fotos und dann zum Beispiel mit Jeff Jarrett habe ich ein Foto und X-Pack in AK123 Kid zum Beispiel. Also ich habe schon mit einigen mittlerweile Fotos und Autogramme gekriegt. Du postest ja auch einiges auf deinen Kanälen. Wo finden wir dich? Man findet mich auf Instagram, man findet mich auf Facebook, man findet mich auf TikTok mittlerweile auch. Natürlich halt auch auf YouTube, auf Twitch, also das sind so die Hauptkanäle, worüber man mich findet. Okay, und vielleicht kann er ja noch zaubern, weil wir sind in Medias Res, wir sind am Aufzeichnen, das heißt wir sind gerade nicht wirklich live, aber doch irgendwie schon. Vielleicht kannst du es ja noch einblenden oder mit in die Beschreibung packen. Dann kann ich kurz mit in den Kommentaren oder in die Beschreibung rein, da ist es am einfachsten. Mich findet ihr unter Arnsbeck Fernsehen, einfach mal googeln. Genau. Einfach mal in den Suchmaschinen eingeben in diesem unserem Lande. Oder in Cirozzi eine Suchmaschine eingeben, da findet man mich dann auch. Hast du, warst du denn auch live gewesen oder hast du nur Bilder und ein paar Videos so mehr für dich jetzt auch von deiner allerersten Messe gemacht? Oder hast du auch irgendwie was live hochgeladen? Ja, ja und ja. Also ich habe Fotos gemacht und am Ende, die habe ich dann natürlich dann auch, wenn ich dann gerade mal von dem Stand weg war und mal ein paar Minuten mal eben kurz nichts fotografieren wollte, habe ich dann immer mal wieder einen Schwung Fotos hochgeladen, Anführungsstrichen live. Und natürlich die Videos von, habe ich zum Beispiel Ausschnitte von den Wrestling Matches gepostet über TikTok. Das war dann live. TikTok sind wir mittlerweile jetzt auch schon. Ja, muss man mittlerweile haben. Es gibt so viele Plattformen momentan und jeder fragt dich, bist du da, bist du da? Und ja, das ist dann halt so, wie es ist. Aber eines möchte ich auch noch erwähnen. Ich war später, wo ich dann von dem Atari-Stand weg war, habe ich ein kleines amerikanisch-kanadisches Studio kennengelernt. Nennt sich Pixel Notes. Und da habe ich mit zwei Promotern Kontakt gehabt und so. Die haben mir ein Spiel vorgestellt. Das kannte ich bis dato gar nicht, genauso wie das Studio nicht, weil das ein ganz kleines Studio ist. Das ist das, was du vor kurzem hochgeladen hast. Das ist das, was ich vor kurzem gestreamt habe. Das nennt sich Rocket Rumble. Ist im Early Access. Für die Leute, die nicht wissen, was es ist. Das ist halt so ein Spiel, das noch in Entwicklung ist und noch nicht fertig ist. Aber man kann es sich schon mal kaufen, um das Studio zu unterstützen, damit sie das Spiel auch alles Tages fertig entwickeln können. Und da hatte ich diese zwei Promoter gehabt und so. Mit denen habe ich mich super toll unterhalten. Und das Spiel habe ich dann jetzt auch die letzten Tage ein paar Mal gestreamt. Und ich muss sagen, es ist sehr interessant, das Spiel Rocket Rumble. Und ich werde jetzt auch in nächster Zeit auch nochmal streamen, weil es einfach richtig Spaß macht. Das ist für zwischendurch, das ist halt so eine Mischung aus F-Zero und Mario Kart für die Leute, die das Spiel noch kennen. Und ja, macht Spaß. Das Studio, das war ja dieses intergalaktische Rennspiel. Wo du dann immer dann auf diesen Huckel fußt und dann meistens immer in diesem elektronischen Feld zerstört wurdest. Entweder das oder es gab immer nach der Startlinie dann immer so ein Feld, wo du dann deine Energie wieder aufladen konntest. Das gab es ja auch. Ja, ich glaube, das zocken wir auch mal die Tage mal, wenn wir es irgendwie gestreamt bekommen. Ja, das kriegen wir hin. Ja, und wenn ihr euch immer fragt, wäre es immer Hallo Nachtente, das ist unser Twitch-Kanal. Ich weiß nicht, ob wir das mit in diesem verlinken können. Das ist theoretisch ja die Late-Night-Show von Arnsberg-Fernsehen. Anstatt eine Nacht-Eule, eine Nacht-Ente. Logisch. Macht doch Sinn. Genau. Alle macht den Enten. Ja, mittlerweile auch schon die, na, knapp 300 vielleicht auch schon drüber. Okay. Ja, hat ja alles angefangen mit einer Schützenfestente, die nennt sich Mattes. Und das ist ja sein Hauptkostüm, das hier. Den ziehe ich dann immer um. Der gute alte Mattes. Ja, der hat so viele Kostüme, der hat sogar so viele Kostüme, dass wir sagen können, wenn das Kostüme hochgeladen ist, dann können wir, zieh dich mal eben um, dann können wir sagen, liebe Grüße ans Wochenende, wenn ihr noch nichts vorhabt, besucht die Reitertage in Vosswinkel. So, jetzt kannst du dich wieder umziehen. So, das ist unser Maskottchen. Ja, Bildschirmschule. Ja, so ist das schon mal, wenn wir spontan die Fragen aufgeschrieben haben, wir aber schon eigentlich theoretisch schon so langsam fertig sind. Wenn ihr möchtet, wir können auch gerne mal zusammen mit ihm spielen. Ihr müsstet dann euch nur bei ihm melden, anmelden vorher. Dann können wir mal über Twitch dann zocken. Meistens ist es Fortnite für die Leute, die eine Playstation besitzen. Fortnite und Fall Guys. Ja, Fortnite, Fall Guys, das gibt es auch für die Xbox, für die Switch auch. Und wenn ihr Lust auf Geisterjagd habt und ihr habt einen Computer, dann, Moment, jetzt wird man, jetzt wird man das wieder halb unsichtbar. Dann könnt ihr sagen, ähm, wie heißt das Geisterspiel nochmal? Fasmophobia. Und zwar funktioniert das bei uns immer so. Ich habe einen Discord-Server für Leute, die es nicht kennen, das ist halt so ein Programm. Da kann man halt, ähm, ja, eigentlich alles organisieren. Man kann verschiedene Kanäle machen, worüber man dann sprechen kann und so. Und da haben wir zum Beispiel das mittlerweile so gemacht, weil es gibt so viele Spielanfragen, die kann selbst ich mittlerweile nicht mehr Herr werden. Und dann haben wir das so gemacht, ähm, immer wenn ich, ähm, einen Stream mache, dann poste ich sowieso immer vorher alles auf meinen ganzen Kanälen, was ich spiele, wann ich spiele und so. Und immer eine Viertelstunde bevor ich dann anfange mit dem Stream, ähm, schalte ich dann einen extra Kanal frei bei Discord. Der nennt sich dann Platzreservierung. Und da kann man sich dann einen Platz reservieren. Das geht dann, bis der Stream anfängt, dann wird der Kanal wieder unsichtbar gemacht. Und wer dann reserviert hat, hat dann Glück. Und wer nicht reserviert hat, der hat dann Pech, muss dann warten, bis dann vielleicht jemand dann, dann halt die Lobbys verlässt, das Spiel verlässt. Und wieder einen Platz frei ist. Und wieder einen Platz frei ist. Dann kann ich den nächsten wieder reinhauen, weil es ist mittlerweile einfach zu viel. Und so hat man eine vernünftige Struktur. Jeder weiß, was dann Sache ist. Entweder er ist früh genug da, oder dann halt eben nicht. Jo, und da wir heute Freitag haben, oder war es doch Samstag? Schon wieder auf den Kalender vergessen zu schauen. Ja. Was spielen wir, ähm, es gibt nämlich noch einen Retro-Abend-Klassiker bei dir. Es gibt Samstags, das ist bei mir immer ein Retro-Abend, beziehungsweise da spiele ich auch, auch Retro-Spiele. Und aktuell ist es Mega Man 2. Genau. Der hält in blau. Genau. Genau. Hat er aber auch schon mal rot, wenn er so ein Power-Ab hat. Ja, wenn er Power-Ab hat, dann hat er ja die verschiedensten Farben. Weil bei ihm ist das ja so, immer wenn er einen Endgegner besiegt, kriegt er die Fähigkeit von ihm und dementsprechend wechselt er dann auch die Farben. Ja. Und dann hast du ja noch unter anderem die Ninja Turtles. Die Ninja Turtles sind auch mit dabei bei mir. Genau. Gab es ja auch damals eine Zeichentrickserie. Es gab mehrere Zeichentrickserien sogar. Ja, ich kenne das mit, wo Frank Zander die Titelmelodie gesungen hat. Genau. Die klassische Serie, genau. Und dann gab es ja 2000 gab es auch mal eine Serie. Und jetzt gibt es bei Nickelodeon auch Serien von den Turtles und mittlerweile sind die ja gar nicht mehr wieder zu erkennen und leider nicht im positiven Sinne. So ist das leider in der heutigen Welt, dass du viele schöne Klassiker hast, wo sie denken, ach komm, wir machen noch mal ein neues Remake und dabei scheitert es dann schon am Aussehen. Ja. Und die Sache ist ja auch, ich mache ja auch auf meinem YouTube-Kanal ja auch Kinofilmbewertungen. Okay. Und da habe ich einfach ein Auge für Details. Und, also wenn ich mir vorstelle, theoretisch könnte man solche Serien fast wie echt aussehen lassen. Und die machen da einfach so eine Krickel-Krackel-Serie daraus. Sorry. Nicht mit mir. Dafür investiere ich nicht meine Zeit. Tut mir leid Nickelodeon, aber da müsst ihr mal nachbessern. Aber es gibt auch noch andere Fernsehsender, die sowas ausstrahlen. Mittlerweile leider immer weniger. Da muss man leider mittlerweile aufs Streaming-Date zurückgreifen. Okay. Wir müssten jetzt nicht die ganzen Fernsehsender nennen. Ne, das nicht. Aber früher zum Beispiel RTL, die hatten ja früher auch einen Haufen an Kindersendungen gehabt zu unserer Zeit. Kannst du dich noch daran erinnern, RTL 2 Anime-Zeit? An die kann ich mich auch noch erinnern. Das war noch Zeit lang. Du hattest dann nachmittags die Schule aus. Mhm. Gingst nach Hause. Guckst jetzt die... Erstmal ging es los mit Pokémon. Ja. Dann Digimon. Dann Dragon Ball. Und dann irgendwann noch Inuyasha und Denetheve Conan war auch noch mit dabei. Und das war die Endzeit gewesen von RTL 2. Und dann ging es weiter mit der Prinz von Bel-Air. Das war sogar noch die Endzeit gewesen. Ich kenne das noch, RTL 2 noch als Vampy noch dabei war. Das war auch so eine schreckende Puppe gewesen. Genau, die Handpuppe. Ja, genau. Da gab es dann hinterher auch noch solche Sachen wie Cops zum Beispiel. Das ist eine etwas unbekanntere Serie. Aber da gab es auch zum Beispiel wie die Kickers zum Beispiel. Die kennt man ja früher. Oder auch noch andere Serien aus dem Genre. Mila Superstar kennt man vielleicht sogar noch. Und... Oder ganz, ganz früher noch auf Tele 5. Bim Bambino. Damit bin ich natürlich groß geworden. Bin ich auch groß geworden. Wo alles mögliche an Serien gab. Wie Saberider und die Starsheriffs, die Raccoons, Odysseus und so weiter und so fort. Also da bin ich auch sehr breit aufgestellt was das angeht. Da hieß der Sportsender noch DSF und da lief dann noch Takeshi Skase. Ja, das gute Takeshi Skase. Für Leute die sowas mögen, holt euch das Spiel vor, Guys. Genau. Das geht so ungefähr in die Richtung. In die Richtung, genau. Man hat dann halt eben die verschiedenen lustigen Kostüme. Du rennst dann durch die Türen, wartest auf Ritters Schuhe, aber den gibt es da nicht. Den gibt es da zwar nicht, aber es gibt jede Menge anstrengende oder weniger anstrengende Parcours, die halt mehr oder weniger Geschicklichkeit erfordern. Genau. Und das Schöne ist, auf den Sender dessen Namen ich vergessen habe, da gibt es das ja mittlerweile auch wieder Takeshi Skase, die neuen Folgen. Ähm, das war gewesen, ich glaube Amazon Prime hat das glaube ich. Unter anderem, ich glaube auch Tele 5, oder? Kann sein, dass Tele 5 das mittlerweile auch reingenommen hat, ja. Ja. Einfach mal googeln. Takeshi Skase war so eine, ja mehr so eine 80er, 90er, japanische Spielshow, die dann irgendwann Anfang der 2000er, Ende der 90er, Anfang der 2000er zu uns rüber geschwappt ist. Und ähm, da können wir ja noch alles mitspielen. Ja. Und dann hattest du immer dann so ein, du hattest ja das Fahrzeug mit dem Ring, mit diesem Papier drin und das dürfte nicht nass werden. Genau. Das dürfte nicht nass oder durchlöchert werden, genau. Genau. Und hinterher haben sie dann Laserkanonen genommen. Das hatten wir hinterher auch noch gehabt, das sah sehr interessant aus damals. Ja. Und das gibt es ja mittlerweile auch schon, wenn du, ach wie heißt das denn? Dann hast du so eine Uniform auf. Ach, Lasertag. Lasertag, danke. Genau. Und gibt es ja mittlerweile auch live bei uns zu spielen. Genau. Genau. Und kann ich, ähm, grüße an, ans Lasertag Arnsberg, wir sind ja in Arnsberg. Genau. Ein anderes wüsste ich jetzt nicht, was es hier in der Gegend aus Arnsberg gibt. Aus Arnsberg wüsste ich sogar. Das nächste wäre in, ich glaube Dortmund oder Hamm oder so. Ja, da irgendwo. Also dafür ist Arnsberg einfach zu klein, um mehrere Sachen zu betreiben in der Richtung. Genau. Ähm. Ja, ich schaue auf die Uhr. Wir sind eigentlich soweit fertig. Ich bedanke mich, es hat großen Spaß gemacht. Ich bedanke mich auch. Wir freuen uns jedenfalls wieder, dass wir das nächste Mal dabei sind. Und vielleicht sind wir ja nächstes Jahr 2023 gemeinsam mal live auf dem Stream von der Gamescom. Wäre ja mal interessant. Und für die Leute, die das jetzt gesehen haben oder die Gamescom auch selber. Ihr seid auch gerne herzlich eingeladen. Wenn es was Neues gibt, ihr könnt uns benachrichtigen. Entweder bei MC Rossi, dem Gamer oder mir, dem Fernsehen, obwohl ich auch spiele. Aber ich bin ja auch öfters mal zusammen. Genau. Und bald dürfte uns wieder freuen, wenn die kalten Herbsttage da sind. Dann gibt es Kaffee, nein, dann gibt es Kakao, Kuchen und Monopoly. Genau. Ich habe es gelernt. Das ist so ein Format, was ich damals mal ins Leben gerufen habe. Und dann esse ich wirklich ein Stück Kuchen und dann zocke ich dann halt auch Monopoly. Das Monopoly Plus heißt das Spiel im genauen. Weil es gibt mittlerweile ja so viele, selbst im digitalen Bereich, so viele Monopoly-Varianten, dass man das wirklich so nennen muss halt. Das heißt Monopoly Plus, das Spiel ist das klassische Monopoly halt. Nur es gibt einmal das mit dem klassischen Brett und dann gibt es zum Beispiel ein Brett, was dann halt eine lebendige Stadt hat mit Animation und allem Zip und Zapp. Genau. Und dann gibt es nochmal ein extra, da kannst du dir dann sogar selber nochmal die Straßen umbenennen. Ja, das soll es auch geben, weil ich glaube, das ist eine andere Variante. Ich glaube, das ist auch bei Monopoly Plus mit enthalten. Dann habe ich es noch nicht gefunden. Muss man sich nur als Erweiterungspack dazu kaufen. Ah, dann habe ich das wahrscheinlich nicht. Okay. Und natürlich nicht nur den Kuchen, sondern auch den Kakao. Genau. Genau. Ähm. Ja. Das war's. Wir sind fertig. Sehr schön. Dann bedanke ich mich. Grüße gehen raus an alle, die das sehen. Und natürlich auch an unsere Spiele-Community. Unter anderem den Gordon. Hashtag Radio Stimme. Ja, genau. Genau. Der freut sich auch, wenn er das hier sieht. Ja, dann Cliff. Genau. Lara. Lara. Und auch den Rest unserer tollen Community. Genau. Und Tonton, der ein paar Häuser weiter wohnt. Ja, genau. Der wohnt ein paar Straßen weiter von mir. Genau. In diesem Sinne. Damit zurück ins Studio. Und jetzt winken. Eben. Vielen Dank.